Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport FIFA 2 Schönbau hier auf meinem Kanal Basen Stiel. Und in der heutigen Folge befinden wir uns endlich wieder auf der Mühlau-Karte. Um genauer zu sein ist das die dritte größere Stadt auf der Strecke von Mühlau Richtung Ostwesten müsste das sein, theoretisch. Könnte auch Norden sein, ich weiß es gerade nicht, wie der Kompass hier ausgerichtet ist auf der Karte. Und da habe ich jetzt mal angefangen den Streckenabschnitt zwischen Mühlau und dem Bahnhof in Stolpen, so habe ich die Stadt damals benannt, angefangen auszubauen. Das heißt sozusagen, ich habe dort mit der Dammbaumod so die Höhenunterschiede dort so ein bisschen ausgekleidet und eben befestigt sozusagen. Aber das macht sich da auf jeden Fall richtig gut, weil ich hatte damals das zweite Regionalgleis etwas tiefer gelegt und oberhalb mit dem etwas neueren Gleis und dem Betonschwellen dort fährt dann sozusagen der ICE. Mir hat es vor ein paar Tagen die ICE-Mod, die eine rausgehauen, also beziehungsweise hatte ich die selber gelöscht und da hat es dann irgendwie den Triebkopf mit so einem lustigen Viereck ersetzt. Und da musste ich dann den von der Strecke nehmen und statt den einfach nur zu tauschen, habe ich den komplett rausgenommen, musste dann den ICE neu kaufen und auf die Strecke platzieren. Und da kam mir dann immer der Regionalexpress irgendwie in die Quere, das hat also ewig gedauert. Falls euch jetzt wundert, was das immer so zwischendurch für Sequenzen mit dem ICE und dem Dosto dort sind, das war ein Amateurfehler von mir, den ich dort eben wie gesagt fabriziert hatte. Ja, so, dann geht es ein Stückchen weiter oberhalb weiter. Ich habe dann dort so ein, also beziehungsweise wollte ich so ein etwas älteres Dörfchen einfach anlegen. Das sollte dann dort so einen Gasthof bekommen, da hatte ich mir auch die neue Mod vom Ingo runtergeladen. Das ist wirklich sensationell, die Mod kann ich nur empfehlen, kommt auch gleich nochmal im Bild. Zuvor hatte ich mir dann überlegt, hier auch nochmal so einen kleinen Bach mit Wasserfall anzulegen. Dazu musste ich hier nochmal so ein bisschen die Schienen abreißen. Ich mache das dann gerne, dass ich da so zwei Übergänge mit Straßen einziehe, um dann punktuell die Schienen dort rausnehmen zu können, ohne dass das dann mehr wegreißt, als ich eigentlich brauche. Da zieht man dann sozusagen so zwei Bahnübergänge ein und kann dann den Zwischenraum mit der Schiene einfach rauslöschen. Und das macht sich dann dort an der Stelle auch sehr gut. So, dann kommt das Ganze hier natürlich noch ein Übergang über den Fluss, dass man auch zu dem Gasthof kommen kann. Das könnte in den vergangenen Tagen, sage ich mal, ein altes Bergdörfchen gewesen sein, beziehungsweise halt einfach ein Dorf, was am Berg liegt. Und die Gebäude wurden dann irgendwann später restauriert und etwas umgebaut, sodass dann dort eben so eine Gasthof-Feriensiedlung vielleicht entstanden ist. Das ist jetzt auch alles noch relativ simpel gehalten und klein. Also ich habe da jetzt nicht riesengroße Sportplätze und Tennisareale und solche Geschichten hinzugefügt, sondern es ist eher so eine ganz gemütliche Ecke, um hier eben auch mal so ein bisschen von der großen Stadt in Mühlau auszuspannen und hier Urlaub zu machen. Und das Gebäude, was ich jetzt schon gesetzt habe, ist wie gesagt das Gebäude, was jetzt neu erschienen ist. Und es ist wirklich eine grandiose Mod, denn da sind auch hier diese Biergarten-Elemente dabei und sogar das Gedeck. Also man kann dort die Gerichte, ich weiß nicht, das eine sieht aus wie Spaghetti Bolognese oder irgendwas in die Richtung, dann dort auch auf dem Tisch platzieren, da sind dann noch so zwei Bierkrüge mit dazu. Und das ist wirklich eine richtig coole Geschichte, damit kann man dann auf jeden Fall richtig coole Sachen machen. Ja, man kann das auch alles einzeln platzieren, da hat der Ingo wirklich ganze Arbeit geleistet, denn man kann ja dann auch ganz andere Szenarien zum Beispiel darstellen. Das muss ja dann nicht jetzt hier der Gasthof sein, aber so in der Stadt, Restaurants und so weiter. Also das ist wirklich eine richtig, richtig coole Geschichte, gefällt mir sehr gut. Das ist sehr gut gelungen und insgesamt auch das Gebäude ist tiptop. Das kann man hier wirklich insgesamt richtig gut in das Spiel mit einbinden und da macht das Ganze richtig Spaß. Und ja, wie gesagt, die Mod kann ich nur empfehlen. Ich werde euch auch mal den Steam-Link mit in die Beschreibung packen, falls ihr die Mod noch nicht installiert habt. Und ich denke, für die schönen Bauer ist das auf jeden Fall ein Muss, diese Mod aufzunehmen ins Programm und dann eben auch immer hin und wieder zu verwenden. Ja, dann im Allgemeinen bastle ich hier auch gerade nur mit den Ingo-Mods. Man sieht das da unten in dem Feldchen. Da habe ich dann auch noch so einen Holzstapel gefunden und so ein paar Deko-Elemente, die man dann auch hier richtig gut mit einbinden kann. Und wie gesagt, also das ist auf jeden Fall ein richtiger Augenschmaus hier geworden, der Bereich. Und der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, dann kommt hier so ein bisschen Verkehr noch mit dann hinzu. Habe ich dann hier auch an die Transporter hinten dran mal noch so ein paar Bikes platziert. Und die werden dann hier sozusagen gerade abgeladen. Ja, der Gentleman kennt es. Die Frau bezieht schon mal das Zimmer und guckt sich das Ganze an. Und der Gentleman steht unten mit den Bikes und dem Gepäck und wird das dann in den nächsten Momenten auch nach oben tragen. So, dann bekommt das Ganze hier ein Schild noch hinzu. Das sind sozusagen die Beschütterungen für die Kleingartenanlagen vom guten SM1. Die lässt sich dann auch gut beschriften und da habe ich das Ganze dann einfach so benannt, wie der Gasthof hier auch im Original von Ingo heißt. Das fügt sich dann immer ganz gut noch mit ins Bild ein, so ein paar kleine Details. Und dann habe ich hier das Ganze mit den Sims befüllt. Das ist natürlich allerhand los. Hier sind ein paar Biker angekommen und der Gasthof ist gefüllt. Die lassen sich sozusagen ihre Nudel-Bolognese und ein Glas Bier schmecken. Und ja, dann habe ich hier noch so eine kleine Außengrillstation platziert. Das ist dann wie so eine kleine Gartenlaube, wo ein Koch drin steht und der dann dort eben den Ausschrank regelt. Also falls jetzt, sage ich mal, nur so ein paar Gäste vorbeikommen, die eben nicht einkehren möchten in das Gasthaus, können sich dort dann schnell eine Bratwurst schnappen und dann eben gleich weitermachen. Auf ihrem Spaziergang, Wanderung oder Ähnlichem. Also das ist dann so ein kleiner Schnellverkauf, der dann dort auch nochmal so separate Speisen anbietet. So, dann geht es hier an den Brückenbau. Denn ich hatte ja wie gesagt hier vorher schon so eine kleine Wasserschlucht entworfen. Ich denke auch, dass ich die Stolpenschlucht nennen werde. Es wird dort angrenzend wahrscheinlich auch noch eine Burg stolpen geben. Die gibt es, glaube ich, auch im Original. Es wird aber kein Nachbau. Also es ist nur fiktiv, das Ganze hier. Aber ich finde es dann eine coole Szenerie, dass man dann hier so eine kleine Wasserfallschlucht hat mit angrenzender Burg. Also da kann man dann so ein bisschen Tourismus auch darstellen, was jetzt den Nahverkehr angeht. Also vielleicht eine Buslinie und ja, solche Geschichten. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine coole Geschichte. So, man sieht es ja auch. Ich habe da so immer versucht, also das habe ich ja schon mal in anderen Videos gesagt. Ich versuche immer so ein bisschen die Brücken auch individuell zu gestalten. Dass sie halt immer so ein bisschen anders aussehen. Alle verschieden sozusagen. Und ich finde so an sich, die Brücke ist ja jetzt kein richtiger Eyecatcher, aber schlecht sieht sie auch nicht aus. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. So, dann habe ich hier die Oberleitungsmasten platziert und dachte mir so, die müssen ja hier nochmal so ein bisschen stabilisiert werden. Deswegen bekommen die hier an der Stelle, wo der Oberleitungsmast steht, einfach nochmal ein Stück breiteres Fundament. Und das habe ich dann nachher auch, jetzt sieht man es hier beim Eingrenzen des Bahndammes, auch freigelassen. Und habe dann an der Stelle, wo der Oberleitungsmast ist, einfach ein anderes Zaunelement platziert. Und das ist natürlich dann eine coole Geschichte, weil das erstens ist es halt mal was anderes. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch realistisch, denn wenn jetzt dort irgendjemand langlaufen sollte, muss der sich ja an dem Oberleitungsmasten vorbeischlängeln. Und so hat er dort ein bisschen mehr Platz, um dann eben dort auch vernünftig vorbeilaufen zu können. Also ich meine jetzt hier, wenn das irgendwie gewartet werden muss von Arbeitern und nicht, sag ich mal, der alltägliche Verkehr an Fußgängern natürlich. Ja, dann ist es hier immer so mal noch so ein bisschen friemelig gewesen an einigen Stellen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Man kann das ja hier wunderbar einstellen. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal schön abgerundet, dass das nicht so ganz brachial die Ecken dort eben reinstechen, sag ich mal. Und ja, dann ging es ja auch schon so langsam an das Gestalten der Schlucht sozusagen. Die wird dann hier eben erst mal mit Steinen ausgestaltet. Und ja, erst mal hier das Ganze mit den guten Felsen vom Ingo eben verkleidet. So ein bisschen punktuell das Ganze eben auch nicht zu übertrieben. Es darf auch nicht zu viel wirken. Aber in Kombination mit Grünzeug ist es dann auch relativ gut ins Bild einzubinden. Und das macht auf jeden Fall richtig Spaß, solche Sachen hier zu gestalten. Ich habe dann hier mit den Wassertexturen auch wieder vom Ingo gearbeitet. Erst mal hier so ein bisschen den Bachlauf. Gerade an der Fallhöhe vom Wasserfall sozusagen ist dort so ein bisschen raueres Gewässer. Unten habe ich dann dieses normale, die normalen Wasserplatten verwendet. Und dann hatte ich mir überlegt, das sieht man dann auch gleich, dass ich da, gibt es ja diese Smoke-Elemente vom Matt Heller. Die hatte ich ja auch schon mal bei so einem Wohnungsbrand in Mühlau verwendet. Der eine oder andere kennt das bestimmt. Und da gibt es auch weißen Rauch und den habe ich dann einfach direkt an den Wasserfall im unteren Bereich hinzugefügt. Erst habe ich das mit so etwas kleineren Elementen versucht. Das hat dann aber nicht ganz so gut ausgesehen. Es war dann ein bisschen zu wenig, aber diese große weiße Wolke ist auch zu viel. Und dann habe ich erst mal die platziert. Die konnte ich dann aber auch nicht mehr löschen, weil ich die so ein bisschen unterhalb platziert habe. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, aber nicht weiter schlimm. Man sieht es auch gleich. Und dann habe ich sozusagen diese große Rauchwolke einfach nochmal drei Punkte versenkt. Und dann ist sie ein Stückchen weiter unten. Und dann sieht es so aus, als ob dort eben der Wasserdampf entsteht durch das Fallen des Wasserfalls. Und das finde ich ist auf jeden Fall ein cooles Design-Element, was man dort wirklich schön mit einbinden kann. Und so wirkt das Ganze dann auch noch realistischer. Man kann natürlich auch mit den Texturen arbeiten. Die Wassertexturen zum Pinseln gibt es ja auch. Und dort ist auch irgendwie so eine Schaumfunktion dabei. Ich denke, dass ich dann bei dem nächsten Wasserfall und Bachlauf, also ich werde das auf jeden Fall nochmal anwenden, versuche das Ganze dann nochmal so ein bisschen besser noch hinzukriegen. Wo ich finde, das ist schon ganz gut geworden hier in dem Bereich. Aber ich werde es dann beim nächsten Mal auf jeden Fall auch mit den Wassertexturen mal versuchen. Denn da kann man dann auch nach dem Wasserfall dann eben auch so Schaum noch aufpinseln. Und das lässt sich natürlich jetzt hier über die beweglichen Platten nicht machen. Von daher denke ich, dass ich dann beim nächsten Mal das auch nochmal so ein bisschen anders versuchen werde. Wenn es dann nicht so aussieht, wie ich es mir vorstelle, dann mache ich es wieder mit den Platten. Weil das hat sehr gut funktioniert. Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Und ja, so. Dann kommt hier auch noch im vorderen Bereich des Gasthofes so eine kleine Streuobstplantage. Wo da so ein paar verschiedene Äpfelbäume eben wachsen. Da sind dann hier auch nochmal so eine Reihe und Glied aufgestellt. Ja, ich wusste nicht genau, was ich mit der Wiese machen sollte. Deswegen ist es dann einfach kurzerhand so eine kleine Wiese geworden. Platziere ich mir hier einfach mal so ein paar alpine Gebäude. Habe dann da auch nochmal geguckt, was optisch da so gut mit in die Szenerie reinpassen würde. Also es gibt ja etliche Mods und Gebäudetypen, die dann dort eben auch mit reinpassen. Der Ingo hatte auch vor kurzem noch diese Fachwerkhäuser rausgehauen als Mod. Und die habe ich dann auch gleich mit platziert. Dann gibt es, glaube ich, die Häuser waren, glaube ich, gerade vom Peugeot Razor. Und so wächst dann hier so dieser etwas ältere Bereich des Dörfchens zusammen. Im unteren Teil von Stolpen wird es dann auch nochmal eine etwas größere Neustadt, in Anführungsstrichen, geben. Da ich das Stolpen an sich gar nicht so riesig machen werde. Aber ich fand das halt eine ganz coole Szenerie, so ein bisschen oberhalb vom Bahnhof so ein etwas älteres Stadtviertel anzulegen. Bis es noch so ein bisschen dörflich und verschlafen ist. Und dann mit dem Bau des Bahnhofes und Anbinden der Bahn kam dann natürlich auch die Industrie. Und so ist dann im unteren Bereich auch nochmal so ein bisschen neumodischere Gebäude und ein bisschen mehr Stadtfeeling eben auch noch hinzugekommen. Und das werde ich dann aber in den nächsten Folgen basteln. Soweit bin ich dann hier in dem Fall nicht gekommen. Denn ich wollte die Folge auch nicht überlang machen. Und deswegen diesmal ein etwas kürzeres Video. So, dann sieht man auch schon das Begrünen des Umlandes. Also so ganz verschiedene Buschtexturen und Baumtexturen. So lässt sich das Ganze dann eben auch sehr gut darstellen. Ich hatte dann hier auch immer nochmal geguckt, wie das von der Optik ist zum Filmen. Damit hier auch ein paar vernünftige Filmaufnahmen entstehen. Und da hatte ich dann beim Begrünen ganz vergessen, dass die vordere Brücke von dem Schluchtübergang auch noch gefehlt hat. Das musste ich dann jetzt dann demnächst hier nochmal noch mit hinzufügen. Das hatte ich ganz irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, ich habe dann hier angefangen das Ganze zu begrünen und wollte dann nochmal gucken. Und habe dann gemerkt, ah, ja, hier war ja noch was. Da hat dann wie gesagt die Brücke ja noch gefehlt, aber das ging auch relativ schnell von der Hand. Ganz einfache Konstruktion, ein Bogenelement, zwei Brückenköpfe und dann kommt noch so eine kleine Platte oben drüber. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Also solche Geschichten lassen sich auch relativ schnell wegbasteln, sage ich mal. Und es erzielt eine gute Wirkung, dadurch, dass eben nicht jede Brücke gleich aussieht. Auch wenn die Unterschiede nur minimal sind, sage ich mal, wirkt es trotzdem, ja, wirkt anders. Also es ist anders, als wenn man jetzt, sage ich mal, die Vanillabrücken verwendet. Obwohl dort auch richtig coole Geschichten dabei sind. Da werde ich dann demnächst auch nochmal bei den nächsten Brücken so ein bisschen drauf zurückgreifen. Denn da gibt es auch richtig, richtig coole Geschichten. Aber ich finde es halt immer cool, mit den Dammbauelementen seine eigene Brücke hier zu entwerfen oder die Überwerfungskonstruktion zu basteln und solche Sachen. Das ist auf jeden Fall richtig cool zu machen. So sieht der ganze Bereich dann final aus. Ich hatte dann eben nochmal hier so ein paar Details hinzugefügt, die ich dann eben beim Füllen gerne noch mit im Bild gehabt habe, hätte, haben hätte. Und die habe ich dann hier, wie gesagt, noch hinzugebastelt, damit man dann beim Filmen eben mal so noch ein paar kleine Eyecatcher im Hintergrund sieht. Sonst sehen die Höfe dort auch so ein bisschen zu verlassen aus. Es ist wie gesagt jetzt ja auch nur bei dem einen so ein bisschen die Ausgestaltung vorhanden. Die hinteren Gebäude muss ich mal noch sehen, was ich da machen kann. Da müssen auch theoretisch noch so ein bisschen begrünt werden, vielleicht so ein paar einzel gesetzte Bäume oder so im Hinterhof. Muss ich mal sehen. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das dann dort weiter basteln werde. Aber der grobe Plan steht. Ich möchte da, wie gesagt, auch in dem Bereich auf der anderen Seite sozusagen noch eine Burg hinzufügen. Die Burg Stolpen sozusagen. Und wenn die dann fertig ist, kommt dann auch an sich die Stadt Stolpen noch hinzu. Und dann ist auch diese Strecke oder die erste Strecke Richtung, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Norden oder Osten ist. Muss ich da noch mal gucken, wenn ich jetzt das nächste Mal spiele. Dann ist die natürlich fertig. Das beinhaltet dann sozusagen drei große Haltestellen. Und der ICE fährt ja sowieso durch. Da kann man dann auch noch mal eine richtig coole Mitfahrt machen. Da muss ich dann nur mal sehen, inwieweit und wann ich das eben fertig bekomme. So, dann sind wir auch schon so gut wie am Ende des Videos. Jetzt kommen hier mal noch so ein paar coole Abfilmungen von dem Bereich. Ich denke, ich werde wahrscheinlich doch schon noch so drei, vier Folgen brauchen, um den gesamten Bereich bis zu dem Spitzkern-Wendepunkt der ganzen Linien eben fertigzustellen. Aber dann wird hier wahrscheinlich auch noch mal eine richtig vernünftige Mitfahrt kommen. Und da gibt es dann, wie gesagt, auch einiges zu sehen, denn die Bereiche sind ja wirklich auch richtig cool geworden. Ja, ich habe dann hier versucht, so ein bisschen zu filmen. Es ist jetzt nichts Überspektakuläres, aber ich finde, der Bereich ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Also gefällt mir sehr gut. Aber man sieht jetzt zum Beispiel dort hinten links, das Häuschen hat eben auch noch viel Wiesenfläche, wo noch keine Gestaltung vorgenommen wird. Ich muss halt sagen, das ist halt auch schon relativ weit von der Schiene entfernt. Man sieht es bei Mitfahrten dann auch nicht so. Aber bei dem etwas größeren Gebäude werde ich dort wahrscheinlich noch so ein paar Grünflächen mit anlegen und dann sollte das eigentlich auch schon genügen. Man sieht auch schon hier, performance-mäßig ist es schon sehr grenzwertig. Die Züge ruckeln hier mehr durch den Bereich, als was es flüssig fährt. Ah ja. So. Dann sind wir, wie gesagt, am Ende des Videos angelangt. Jeder, der bis hierhin geguckt hat, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Wahrscheinlich am Sonntag eine Leipzig-Folge. Auch dort wird es interessant werden. Da bastle ich wahrscheinlich den Bushof Lindenau. Ist eine richtig coole Geschichte geworden. Schaltet gerne ein. Bleibt gesund. Bis dahin. Ahoi.